Hallo zusammen, mein Name ist Gerald und ich gehe heute der Frage nach, soll ich Aktien von LAM Research kaufen? Herzlich willkommen auf meinem Kanal Money in the Box. Dieses Video dient nur der Unterhaltung, es stellt keine Anlageberatung dar und jeder von euch ist natürlich selbst dafür verantwortlich, ob er Aktien eines Unternehmens kaufen möchte oder nicht. Beginnen wir mit der Vorstellung des heutigen Unternehmens. LAM Research ist ein US-amerikanisches Unternehmen und gehört zur Branche Semiconductor Equipment. Ihr findet die Aktie unter der Wertpapier-Kennnummer 869-686. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 73 Milliarden US-Dollar und es berichtet in einem abweichenden Geschäftsjahr von Juli bis Juni. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 14.100 Mitarbeiter. Beim Blick auf die Wettbewerbssituation nach Marktkapitalisierung sehen wir die LAM Research Corporation auf Platz 4. Ganz knapp hinter der Tokyo Electron Limited, aber mit deutlichem Abstand vor der KLR Corporation. Aber die Plätze 1 und 2 in der Branche mit ASML und Applied Materials sind fest vergeben. Wer sich so ein bisschen für die Branche interessiert, sowohl für die Applied Materials als auch für die KLR Corporation, gibt es eigene Reviews von mir. Schaut man auf die Branche nach den Umsätzen, dann ergibt sich eine andere Reihenfolge. Wir haben nämlich an Position 1 die Applied Materials, mit deutlichen Abstand die ASML und hier wieder mit deutlichen Abstand die LAM Research Corporation auf Platz 3. Knapp dahinter gefolgt von der Tokyo Electron Limited. Die Anteilsscheine der LAM Research Corporation liegen zu 84% in den Händen von institutionellen Anlegern. Die Spielwiese für uns Kleinen hat 16% und wie immer, der Rest ist für den Rest. Und jetzt schauen wir mal auf Geschäftsmodell und Burggraben. Die LAM Research ist ein führender Anbieter von Wafer-Ausrüstungen und ergänzenden Dienstleistungen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen entwirft, produziert, vermarktet, überholt und wartet Halbleiterverarbeitungsanlagen, die bei der Herstellung integrierter Schaltkreise verwendet werden. Neben Komplettsystemen zur Wafer-Herstellung offeriert LAM Ausrüstungen zur Reinigung von fertiggestellten Wafern und außerdem Einzelteile zum Einbau in bestehende Systeme. LAM hat die Gesellschaft Novello Systems übernommen und baut seine Position in der Chip-Ausrüsterindustrie weiter aus. Im Oktober 2015 wollte das Unternehmen dann den Konkurrenten KLA übernehmen, das hat sich aber im Oktober 2016 doch zerschlagen. LAM Research bietet seinen Kunden aus der Fertigungsindustrie ein Portfolio unterschiedlicher Anlagen zur nasschemischen Oberflächenbearbeitung und Reinigung von Wafern. Die verschiedenen Anlagen sind dabei für unterschiedliche Ads-Prozesse konzipiert. So bietet der Konzern eine breite Palette von Anwendungen von Conductor-Edge über D-Electric-Edge bis hin zu mikroelektromechanischen Systemen. Außerdem Anwendungen bei Siliziumcarbid und dreidimensionalen Schaltungsobplikationen. Zum Produktumfang gehören auch Reinigungsprodukte und zwar sowohl für die Nass- als auch plasmabasierte Reinigungstechnologien. LAM Research bietet auch verschiedene Softwarelösungen. Die sind für verschiedene Anlagen konzipiert und können daher schnell und sicher in bestehende Systeme integriert werden. LAM Research bietet zudem eine Auswahl von Legacy-Produkten. Diese werden Unternehmen aus der Halbleiterindustrie über das sogenannte Reliant Systems Business angeboten und bieten ihnen die Möglichkeit, einzelne Ersatzteile oder ganze Maschinen, die nur teilweise für Prozesse benötigt werden, günstig zu erwerben oder zu mieten. Außerdem wird das Angebot ergänzt durch eine breite Spanne unterschiedlicher Serviceleistungen im Bereich Kundensupport. Die Kunden können aus einzelnen Modulen wählen von ganzen Serviceleistungen, angefangen von der Beratung über die Inbetriebnahme bis hin zu Wartungs- und Reparaturarbeiten. Oder aber sie nehmen gleich das rundum sorglos Komplettpaket, das auch den kostengünstigeren Austausch von Einzelteilen beinhaltet. LAM Research bietet auch technische Schulungen für seine Kunden an. Diese umfassen neben Hardware- und Softwaretraining auch Prozessschulungen. So, to put it in a nutshell, oder wie wir in Bayern sagen, fassen wir doch mal kurz zusammen. LAM Research ist ein führender Anbieter von Wafer-Ausrüstungen und ergänzenden Dienstleistungen für die Halbleiterindustrie. Und an dieser Stelle wieder herzlichen Dank an die Money-in-the-Box-Community, insbesondere an Joshua P. für den Vorschlag dieses Unternehmens. Und bei der Grafik wüsst ihr natürlich, jetzt geht's weiter mit den Unternehmenszahlen. Und wir beginnen mit der Mutter aller Zahlen, nämlich Revenue-Umsatz. Und da sehen wir im Jahr 2021 Umsätze von 14,6 Milliarden US-Dollar. Wir sehen auch so ein bisschen auf und ab, aber den Peak haben wir in jedem Fall im Jahr 2021. Das ist immer schon mal ein gutes Zeichen und auf ein Jahresbasis eine Zunahme um 45,6 und auf fünf Jahresbasis um 82,5 Prozent. Zweiter Punkt in der Grafik ist Return on Sales oder Net Income zu Revenue. Also Umsatzrendite und hier landen wir im Jahr 2021 bei 26,7 Prozent. Die Money-in-the-Box-Stammgäste kennen das schon. Steigende Margen bei steigenden Umsätzen, das nennt man skalierendes Unternehmen. Die sind selten und das gefällt mir. Umsatzrendite ist ja ganz nett, aber Investoren interessiert natürlich die Eigenkapitalrentite, ROI. Die schauen wir uns jetzt klären wir an. Ja und da geht's richtig ab. Wir haben nämlich 64,8 Prozent ROI in 2021 und das ist schon wirklich ordentlich. Und das ist ganz nebenbei auch der höchste Wert im Fünfjahreszeitraum. Wichtig ist auch der ROKE, also Return on Capital Employed und bei dem Teil muss man immer gucken, wie wird er denn eigentlich berechnet. Diese Zahl hier besteht aus dem EBIT im Zähler und dem Nenner Total Assets minus Current Liabilities. Und wir haben den ROKE in 2021 mit 36,2 Prozent. Wichtig ist hier auch immer die Tendenz und wir sehen, langfristig steigt der und das gefällt mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So bei ROE habe ich im Hinterkopf immer den Josef Ackermann mit seiner Eigenkapitalrendite. Ja und das ist nicht so wahnsinnig gut rausgegangen. Drum schauen wir uns jetzt mal die Bilanzstrukturen. Hier sehen wir im dunklen Balken das Eigenkapital und das steigt. Und das ist natürlich toll, wenn wir bei steigendem Eigenkapital steigende Eigenkapitalrendite haben. Vor allen Dingen, wenn wir gucken, wir haben zwar auch eine Zunahme des Fremdkapitals im hellen Balken, aber Eigenkapitalquote steigt auf 37,9 Prozent. Das heißt nochmal, bei steigender Eigenkapitalquote haben wir eine höhere Eigenkapitalverzinsung. Das muss man erstmal hinkriegen. Ja und ihr wisst schon, mir gefällt ein Aufbau der Eigenkapitalquote. Aber 37,9 Prozent für zwar einen Hochtechnologiebereich, aber kapitalintensiv produzierend, das ist ein bisschen knapp. So und wenn man bei Eigenkapital auch wirklich über Eigenkapital redet, dann ist es ja eines. Aber im Eigenkapital ist ja inzwischen der NetGoodwill mit drin. Den muss man eigentlich rausrechnen. Dann kommen wir auf den Substanzwert. Und wir sehen hier einen Substanzwert in 2021 von 4,5 Milliarden US-Dollar. Und die Substanzwertquote liegt nur bei 31,5 und das gefällt mir schon weniger. Dann geht es jetzt weiter mit der Zukunftsfähigkeit, nämlich CapEx zu Abschreibungen. Und in dieser Position schauen wir uns an. Auf der einen Seite die Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen in Relation zur buchhalterischen Alterung des Anlagevermögens. Bei Werten größer 100 haben wir praktisch eine Modernisierung und eine Ausweitung der Produktionskapazitäten. Das haben wir hier durchgängig gegeben. Wir haben im Jahr 2021 sogar 148 Prozent. Das ist eine gute Geschichte. Das gefällt mir. Das Unternehmen glaubt an eine positive Zukunft. Dann wenden wir mal die Aufmerksamkeit in Richtung der Liquidität beim Thema Current Ratio. Hierunter verstehen wir die Relation zwischen den Current Assets und den Current Liabilities. Und unser Zielwert ist größer als 1,5. Und in der Grafik sehen wir es auf den ersten Blick. Das ist im gesamten Zeitraum gegeben. Wir haben eine Current Ratio in 2021 von 3,3 und da kann man richtig gut schlafen. Nächster Punkt auf der Liste ist Free Cash Flow Dividende und Payout Ratio. Wir sehen es wieder auf den ersten Blick. Die Free Cash Flows steigen auf 3,2 Milliarden US-Dollar in 2021. Das gefällt mir natürlich. Wir haben auch leicht steigende Dividendenvolumen auf 0,7 Milliarden US-Dollar in 2021. Auch das ist nicht schlecht. Und die Payout Ratio liegt bei 22 Prozent. Das ist also der Anteil des Free Cash Flows, der für die Bedienung der Dividende verwendet werden muss. Das ist auch ein Spitzenwert. Investoren sind irgendwie wie kleine Kinder. Man will ungern teilen. Darum schauen wir uns mal die Entwicklung der Diluted Shares Outstanding an. Also all derjenigen Anteilsscheine, die potenziell auf den Markt kommen könnten. Wir sehen es auch wieder auf den ersten Blick in der Entwicklung. Die Diluted Shares Outstanding gehen nach unten. Das heißt, weniger Anteilsscheine sind unterwegs. Und das heißt, jedes einzelne Stück vom Kuchen wird größer. Und das gefällt mir. An der Börse müssen wir derzeit für die Lamm Research Corporation 498 US-Dollar und 17 Cent auf den Tisch legen. Das ist eine Veränderung auf Jahresbasis um minus 25,42 Prozent. Und das ist schon ordentlich. Und um den Kurs einschätzen zu können, schauen wir uns jetzt die Multiples oder Multiplikatoren an. Wir beginnen mit dem bekanntesten, dem KGV oder dem Kursgewinnverhältnis. Aktuell sehen wir einen Wert von 18,5 im dunklen Balken. Das bedeutet, dass wir 18,5 Jahresgewinne benötigen, um uns die Aktie an der Börse kaufen zu können. Historisch betrachtet sehen wir zwei Dinge. Das ist im oberen Mittelfeldbereich und in 20 und 21 waren die Werte deutlich höher. Man kann die Kurse aber auch an den Free Cash Flows messen. Und das ist in dem Fall das KCV oder Kurs Cash Flow Verhältnis. Hier sehen wir aktuell einen Wert von 22,3. Das heißt, wir müssen 22,3 Jahre die Free Cash Flows sparen, um uns die Aktie an der Börse kaufen zu können. Pi mal Daumen Benchmark über alle Branchen liegt bei 20. Liegen wir bei 22,3 knapp drüber. Situation ist analog wie bei den Gewinnen. Wir sind im oberen Mittelfeldbereich und in 20 und 21 waren wir deutlich teurer. Nächster Wert ist der Enterprise Value im Verhältnis zum EBTA. Übrigens kleiner Einschub. Wen hier die Multiples genauer interessieren, dafür habe ich eine eigene Serie. Könnt ihr mal reinschauen. Also Enterprise Value im Verhältnis zum EBTA liegen wir bei 16,3. Und auch hier analog wie vorher. In 20 und 21 waren wir teurer. Und jetzt sind wir im 5-Jahres-Vergleich eher im oberen Mittelfeld angesiedelt. Auch hier gibt es den Pi mal Daumen Benchmark über alle Branchen mit 20. Da liegen wir mit 16,3 deutlich drunter. Und für den Bereich Semiconductor Equipment gibt es einen tatsächlichen Wert. Der liegt bei 19,4. Da sind wir mit 16,3 auch deutlich drunter. Viele Investoren legen ja Wert auf eine Ausschüttung, also auch eine Dividende. Darum schauen wir mal auf die Dividendenrendite-Kurve. Da liegen wir aktuell bei einem Wert von einem Prozent. Bei der LARM Research ist aber die Dividende eher ein kleines Zubrot, weil das ist ja ein Technologiewert. Also ich denke, wegen der Dividende kauft sich die LARM Research wohl kaum ein Investor. Ja, nachdem wir uns jetzt die LARM Research von verschiedenen Seiten angeschaut haben, geht es jetzt um ein Zusammenfügen der Ergebnisse und um die finale Bewertung. Hier beginnen wir natürlich mit der Cash Conversion Rate, also der Fähigkeit eines Unternehmens, Gewinne in Free Cash Flows zu verwandeln. Wirklich gute Bereiche liegen über 1,0. Da war die LARM Research auch mal, ist allerdings schon eine Zeit her, weil in 20 und 21 liegen wir deutlich unter 1, in 2021 mit 0,8. Also wirklich schlecht ist das nicht, aber umgekehrt der Burner halt auch nicht. Die nächste Perspektive habe ich drin seit dem Lumen Technologies Review, bei dem es ja so um eine Transformationsgeschichte ging. Und hier schauen wir uns jetzt an Zinsen, Dividenden und die Sales Conversion Rate. Warum machen wir das hier? Ganz einfach, weil natürlich die Nettozinsbelastung und die Dividendenlast ganz wesentliche Cash Out Positionen sind, die aber umgekehrt natürlich für Investoren auch ganz wesentlich sind. Wichtig ist hier, sind die Einheiten umgeschaltet von Milliarden auf Millionen US-Dollar. Wir sehen im dunklen Balken, dass die Nettozinslast sich von 2020 auf 2021 auf 189 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt hat. Trotzdem sind das Größenordnungen, wo man sich keine Sorgen machen muss. Wir sehen im hellen Balken auch eine deutliche Zunahme des Dividendenvolumens auf 727 Millionen US-Dollar. Aber Pi mal Daumen miteinander sind wir immer noch deutlich unter einer Milliarde an Cash Out und das ist kein Problem. Der nächste Punkt ist was ganz was Wesentliches, die Sales Conversion Rate. Solltet ihr das mal googeln, werdet ihr da was anderes finden drunter. Der Begriff wird normalerweise verwendet als Vertriebskennzahl, bei der gemessen wird, inwieweit sich Kundenbesuche in Geschäften niederschlagen. Ich habe einfach den Begriff genommen und in Analogie zur Cash Conversion Rate messe ich damit, inwieweit sich Umsätze in Free Cash Flows verwandeln lassen. Wer jetzt neu ist auf dem Kanal, der wird sich fragen, was soll das eigentlich, warum ich das mache. Da kommen wir gleich dazu beim Discounted Cash Flow Verfahren und bei der Abschätzung des inneren Wertes. In 2021 sehen wir aber eine Sales Conversion Rate mit 22%. Die ist auch gestiegen von 2020 auf 2021 und beides gefällt mir. Dann schauen wir doch mal, wie die Analysten die LAM Research einschätzen. Und hier sehen wir eine sehr positive Einschätzung, nämlich insgesamt rund 62,5% auf der Käuferseite und verkaufen will die LAM Research niemand. Und die Kursziele beginnen bei 550 im Minimum und gehen über den Mittelwert 721 bis rauf zu 869 US-Dollar. Die genaue Besprechung haben wir ja schon miteinander gemacht. Jetzt schauen wir mal auf die Ermittlung des Money in the Box Risikoaufschlags als Basis für die Discounted Cash Flow Analyse. Wo sind die Punkte, bei denen ich ansetze? Ganz klar Eigenkapitalquote und Substanzwertquote und Dividendenrendite, die mir auch zu niedrig ist. Wir kommen insgesamt auf einen Risikoaufschlag von 10 Prozentpunkten. Und jetzt erkläre ich euch mal, wie meine Bewertung zustande kommt. Als erstes mache ich immer eine Zeitreihe auf über die Revenues, also Umsätze und den Free Cash Flow der vergangenen 10 Jahre. Wenn ihr ganz oben schaut, dann seht ihr, es gibt noch einen zusätzlichen Wert, der steht unter TTM 16,5. TTM heißt Time to Market, das heißt, es ist kein volles Geschäftsjahr, sondern es ist im Endeffekt 365 Tage zurück von heute ausgerechnet. Den Wert kann man natürlich nicht hundertprozentig vergleichen, weil es keine identischen Zeiträume sind und manche Zahlen doppelt drin sind. Also wir haben in diesem TTM-Jahr knapp 13 Prozent Zuwachs und im letzten vollen Geschäftsjahr hatten wir 45,61 Prozent Ausrufezeichen. Was mache ich noch? Neben der Abschätzung der Wachstumsraten für jeweils einen Jahreszeitraum berechnet ich auch die Sales Conversion Rate, also das Verhältnis zwischen Free Cash Flow und Revenue. Und dann schaue ich mir das Ganze in der Szenariobildung an, nämlich Kurzfrist, Mittelfrist, Langfrist, also 3, 5 und 10 Jahre. Ich mache die Kurzfristbetrachtung über 3 Jahre und nicht über 1 Jahr, einfach um so Ausreißer, die sich immer wieder mal auf Einjahresbasis ergeben, zu eliminieren. Und für die Revenues mache ich einmal eine Mittelwertbetrachtung und einmal eine Compound Annual Growth Rate, also da werden im Endeffekt die Zuwächse gleichmäßig auf die Jahre verteilt. Nach diesem Zwischenschritt bastelte ich mir dann vier verschiedene Szenarien, ein Best-Case- und ein Worst-Case-Szenario und zwei Mittelwert-Szenarien. Einmal mit dem arithmetischen Mittel, das ist der ganz normale Durchschnitt, und einmal mit einem Median-Szenario. Diese doppelte Betrachtung eines mittleren Szenarios führt im Endeffekt dazu, dass man statistische Anomalien ein bisschen rausklettet. Schauen wir mal unten auf die vier Szenarien für Bereich Revenue und Sales Conversion Rate, dann fällt uns was auf. Und zwar sehen wir, dass die Revenues eine Spreizung zwischen unter 10 und über 22 Prozent haben, das heißt das Best-Case-Szenario hat eine mehr als doppelt so hohe Wachstumsrate als das Worst-Case-Szenario. Während wenn wir auf die Sales Conversion Rate schauen, dann haben wir im Endeffekt Unterschiede, die liegen zwischen 20,65 und 23,41, also roundabout 3 Prozentpunkte. Sagen wir wieder Pi mal Daumen, das sind ungefähr 15 Prozent Unterschied. Da sind wir genau wieder beim Lieblingsthema von Joshua P., nämlich bei den Zyklikern. Also was man sagen kann, das ist das Geschäft der LAM Research unterliegt erheblichen Schwankungen, die Sales Conversion Rate aber nicht. Und sowas kann man als Indiz für eine wirklich große Stärke eines Unternehmens sehen, dass die Ergebnisqualität gar nicht so sehr von der Höhe der Revenues abhängt. Dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter in das Discounted Cashflow-Verfahren zur Abschätzung des inneren Wertes. Ein ganz wesentliches Medium hier ist nämlich die Abschätzung der Gewinnerwartung. Ich mache das über den WEC, die Weighted Average Cost of Capital und das ist im Endeffekt der Diskontsatz. Beim WEC, also den Weighted Average Cost of Capital, führt man eine Zinsbetrachtung des Fremdkapitals und des Eigenkapitals durch. Für die Profis unter euch wieder der Hinweis, ich nehme die US-Treasuries in dem Bereich und zwar nicht die 10-Jährigen, sondern die 30-Jährigen. Das ist eine Besonderheit bei meinem WEC-Verfahren. Lange Rede, kurzer Sinn, ich gehe aktuell mit einer Gewinnerwartung von 7,87 auf Basis des WECs ins Rennen. Die nächste Komponente ist die Abschätzung des Langfristwachstums und hier gilt Ähnliches wie im letzten Review. Wir haben hier einen Hightech-Wert, der aber im Ausrüstungsbereich ist. Deswegen bin ich nicht bis an die Maximalgrenze von 3% gegangen, sondern schätze das Langfristwachstum mit 2%. Meine Annahmen für die Wachstumsraten der Umsätze ist erstens eine homogene Verteilung über den Zeitraum und zweitens eine sehr konservative Schätzung. Ich gehe nämlich mit 18% ins Rennen. Warum ist es konservativ? Wenn ihr euch erinnert zuvor an die vier Szenarien, dann ist das Medianszenarium bei 20,4% und das Medium-Szenarium bei 18,96%. Also auf Deutsch, ich gehe für die nächsten 10 Jahre von einem leicht unterdurchschnittlichen Wachstum im Vergleich zu den letzten 10 Jahren aus. Jetzt wird der eine oder andere von euch sagen, das ist aber ganz schön umständlich. Ich habe ja in anderen Videos gesehen, die schätzen einfach die Free Cash Floss. Das ist doch viel einfacher. Stimmt, da braucht man sich nämlich nicht so viel Arbeit machen. Meine Abschätzung erfolgt im Endeffekt über eine Abschätzung der Revenues, eine Szenario-Bildung und dann mit den vier verschiedenen Sales Conversion Rates Ausbildung der Free Cash Flows und daraus die Kursermittlung. Wer sich schon mal so ein Statement of Cash Flows angeschaut hat und daraus versucht, Free Cash Flows abzuschätzen, also Cash Flows vom Operations minus CapEx, der stellt fest, das sind viele Komponenten und das ist gar nicht einfach. Und ich sage jetzt mal, erstens für Unternehmensfremde so gut wie unmöglich und zweitens für Interne über einen längeren Zeitraum eigentlich auch nicht möglich. Also hier halte ich es wieder mit dem Altmeister Warren Buffett, der sagt, bei einer Abschätzung ist man lieber ungefähr richtig, bevor man genau falsch ist. Wir wollen ja hier gar nicht genau auf den US-Dollar oder auf den Cent abschätzen, sondern nur ein Gefühl dafür zu kriegen, ob der Kurs denn zur Zeit eher über oder unter dem inneren Wert liegt. Und wenn wir jetzt die Tabelle ein kleines bisschen größer machen und gleich den Abschlag abziehen, dann sehen wir hier in den Szenarien innere Werte, die liegen alle jenseits der 1000 US-Dollar, der kleinste bei 1022 und der größte bei 1163. Und das muss man jetzt erstmal sacken lassen, weil wir haben zur Zeit einen Preis an der Börse, der liegt unter 500 US-Dollar. Das heißt auf Deutsch, dass die Abschätzung des inneren Wertes mehr als doppelt so hoch ist, wie das, was man zur Zeit an der Börse bezahlen muss. Und vollkommen klar, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was mache ich draus? Was spricht dagegen? Also der Substanzwert könnte höher sein. Joshua sagt zu Recht, ist ein Zykliker, muss man aufpassen, haben wir einen langen positiven Zyklus hinter uns. Semiconductor-Equipment, Semiconductor-Krise, wie geht es weiter, Inflation, Weltwirtschaft, desynchronisierte Lieferketten, Handelskrieg zwischen Asien und Amerika, Russland, Ukraine und so weiter und so weiter. Alles Makro. Aber bei den Aussichten mache ich jetzt zumindest mal eine kleine Beobachtungsposition auf und dann schauen wir mal. An dieser Stelle herzlichen Dank Joshua P. für den Vorschlag, das ist ein richtig starkes Unternehmen und der Review hat Spaß gemacht. Und natürlich kommt jetzt wieder die Frage, wie steht ihr zur LAM Research? Schreibt mir es in die Kommentare. Das war meine Analyse auf meinem Kanal Money in the Box. Für euch natürlich wie immer kostenlos, aber hoffentlich nicht umsonst. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da oder einen Kommentar. Am besten gleich ein Abo, dann versäumt ihr nichts. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss, euer Gerald von Money in the Box.